Hallo meine Freunde, wir spielen wieder Dungeons 3. Wir hatten letztes Mal die Stahlschmiede eingenommen, wenn ich mich recht erinnere, ja, hatten wir gemacht. Und jetzt kommen wir zur sechsten Mission. Ihr werdet gleich schon sehen, ich habe schon die siebte Mission zur Auswahl. Das liegt einfach daran, dass ich die sechste Mission schon einmal gespielt hatte, aber bei der Aufnahme die falsche Einstellung benutzt hatte, wodurch das ganze Video am Ende total verfuddelt war. Und deswegen spielen wir die Mission einfach noch einmal. Der Aha-Effekt fehlt jetzt natürlich, aber das macht nichts. Geht das auch alles etwas schneller, denn ich weiß jetzt, was ich machen muss. Hatte mich etwas blöd angestellt die ganze Zeit. Aber, nun ja, höre ich auf zu labern. Attacke. Das Ende von Burgers End. Nach dem unrühmlichen Ende von Grimli hatte sich die Armee des hinterlistigen Bösen durch die Minen von Stahlschmiede geschlagen, um den Streitkräften und dem Zorn Thanos zu entgehen. Die alten Schächte brachten sie in die Nähe der verfressenen Stadt Burgers End. Und die Armee des alles verspeisenden Bösen hatten die Minen von Stahlschmiede hinter sich gelassen, fernab von Thanos und seinen Schergen. Die Tunnel brachten sie ganz in die Nähe der Stadt Burgers End, im Hinterland des Reiches. Burgers End war bekannt für seine gefräßigen Helden. Genauer gesagt war deren Appetit, Legen, warte, es kommt gleich, der. Sie stopften so viel in sich hinein, dass die Stadt mehrmals täglich mit Essen aus dem Umland beliefert werden musste. Wahre Geschichte. Mit diesen Vielfraßen werden wir doch spielend fertig. Los, Kreaturen des abartigen Bösen, macht diese Gaumonts alle! Dieser überstürzte Angriff war keine gute Idee, wie die Kreaturen des sie verheizenden Bösen allzu schnell erfahren mussten. Denn diese gut genährten Krieger erwiesen sich als überaus schlagkräftig und zerlegten die anrückenden Horden mit erschreckender Geschwindigkeit. Ähm, hätte besser laufen können. Natürlich machte so ein Kampf auch hungrig. Doch glücklicherweise erschien kurz nach dem Zusammenstoß ein Transport. Voll beladen mit Essen. Schnell ratterte es im bösartigen Hirn des hinterlistigen Bösen. Was wäre, wenn diesen Transporten ein Unglück auf dem Weg zur Stadt geschehen würde und die Stadt plötzlich ohne Nahrung dastünde? Heimtückisch kicherte es in sich hinein. Diese Holzstapel konnten vielleicht als Straßenblockade genutzt werden, wenn man sie mit ein paar beherzten Schlägen in Bewegung versetzt hatte. Das würde den Nahrungstransport noch einmal deutlich erschweren. Okay, dann hungern wir die Schweine aus. Ein genialer Plan. Oh, müssen wir das machen? Ich fühle mich noch ganz schlecht, weil wir Grimli getötet haben. Ich bin überrascht. Ich dachte, diese böse Tat würde endlich den guten Teil in mir auslöschen. Ich muss dich wohl noch eine Weile länger ertragen. Diese schizophrenen Monologe stören etwas. Sie hindern mich daran, noch viel mehr zu sagen. Nicht das Schlechteste, wenn ich die Rezensionen des letzten Teils so anschaue. Was? Wie kannst du es? Was für eine Frechheit. Darüber reden wir noch. So, jetzt darf ich auch mal reden. Also, unterwegs kommen immer diese Esel mit den ganzen Vorreden für Burgers End. Die Esel müssen wir abschlachten, damit wir die Stadt aushungern können. Und es dann... In seiner grenzenlosen Genialität hatte das umsichtige Böse Thalia ein paar Gobbo-Bots zur Verfügung gestellt. Ihren Kampfstärke sich als äußerst nützlich erweisen würde. Diese waren gerade... Ja, Moment, wo waren die eigentlich? Ja, die hätten mir angeblich gestern zugestellt werden sollen. Aber der Postbote hat mir nur ein Zettel am Dungeon-Eingang hinterlassen, dass er mich nicht angetroffen hat. Dabei war ich die ganze Zeit hier. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal nur. Ach, bitte schön. Einmal nur mit Profis arbeiten. Tief durchatmen. Erinnere dich daran, was sie dir beigebracht haben. Du willst nicht schon wieder Elektroschocks bekommen? Gut, also. Das übellaunige Böse warf kurzerhand zwei Gobbo-Bots in den Dungeon. Dann machte es sich auf die Suche nach diesem Lieferboten und vermöbelte ihn nach Strich und Faden. So, darf ich jetzt auch reden? Ja, danke. Ich weiß nicht mehr, was ich eben gesagt hatte. Wir müssen Bürgers End aushungern, genau. Indem wir die Esel die ganze Zeit schlachten, die da ab und zu den Weg lang marschieren mit den ganzen Vorräten. Und wenn wir das nicht machen und Bürgers endangreifen, dann haben wir einfach mal keine Chance. Hatte ich mehrmals versucht. War eine ganz schlechte Idee. Meine ganzen Einheiten waren dann einfach nur kaputt und draufgegangen. Machen wir das jetzt einfach mal. So, ihr seht schon, ich baue hier so einen kleinen Irrgarten, sag ich mal, damit ich dann Fallen platzieren kann. Denn besonders von hier oben greifen die ich ständig an. Versuche hier irgendwie eigentlich einen 3x3-Block reinzubekommen, um dann den Verdrescher dahin zu bauen. Versuche ich dann später noch etwas besser, sobald ich den Verdrescher auch habe. Wie dem auch sei, wir brauchen Heiler. Ja. Und viel mehr. Gott, jetzt. Die Guru-Farm machen wir auch großzügig. Wir sind unterwegs wo in die Gurus ausgegangen. War nicht so toll. Ich habe meine Koblenz alle Hunger. Meine Goldader. Die nehmen wir mit. Es ist Zahltag. Die haben wir mit. Die haben wir mit. drüben manchmal angegriffen dass sie ja selten passiert dass sie von hier unten kam aber es geschah halt ab und zu kommt auch hier so ein airgarden hin mittlerweile hatten selbst die gefräßigen helden von burgers end das andauernde rhythmische klopfen im untergrund zwischen ihren schmatzgeräuschen ausgemacht und schickten späher und kampftrupps in richtung des dungeons aus mit diesen verfressenen schweinen werden wir doch spielen fertig wir könnten doch auch friedlich mit ihnen umgehen oder das war ein heerer gedanke der guten thalia doch die helden von burgers end waren beim essen nicht wählerisch und dunkel elfen finger galten als dedikatesse widerlich ok machen wir die schweine blatt gute entscheidung das war's für dich es sind feinde in eurem dungeon kommen die erst natürlich schon unten ja warte so gurus sehen gut aus das sieht auch gut aus muss ein dicken hier das hier wieder zu auch hierzu und auch nicht verdammt dann zu halt nein wollte ich eigentlich nicht da wollen wir uns mal direkt den ersten brunnen ich bin das böse das ist gut für dich ich bin das das bösartigkeit sammelnde böse hatte naja bösartigkeit gesammelt verdammte partizipien wie auch immer es hatte als bald die möglichkeit gobbobots zu erforschen um diese in zukunft selbst seinen reihen hinzufügen zu können diese recht hilfreiche forschung würde alle gewöhnlichen goblins mit einem meck ausstatten und so ihre kampfkraft massiv erhöhen genau das hatte ich vorhin auch und damit die dann glücklich bleiben brauchen sie bier verständlich bier würde ich ja auch nicht weiter kämpfen mana nehmen wir mit beziehungsweise schaufeln ist frei so so hier geht es lang das glaube ich dem nicht wo machen zahltag so wir brauchen auf jeden fall werkzeug spinnen haben sich im untergrund breit gemacht das sollte passen spinnen spinnen sind nicht schön der erste nahrungstransport machte sich auf in richtung burgers end natürlich würde das gut vorbereitete und überhaupt nicht überrumpelte böse diesen gar niemals nicht ans ziel kommen lassen ja die ersten esel lassen erst einmal durchkommen das das macht überhaupt nichts und uns dann später darum wenn unser tanchen ordentlich ausgebaut ist schaust hier aus sehr gut wir brauchen eine werkstatt wieder ein bisschen komisch aus aber das macht nichts das breiter kisten stapeln können und hier war die diamantader genau 2 3 4 4 5 5 4 11 wenn es noch drei goblins mehr kreaturen geht doch schon gut aus die erste kiste wurde produziert dann daneben die tüftler werkstatt scheinlich etwas zu groß aber hier mal noch nach oben wir auch mit hierhin setzen wir unseren vortex also nicht unserem vortex sondern so vortex genau so so die schön von weit weg schießen und die richten richtig böse schaden an im sparen ist genau was größer kommt hier direkt ran das arcanium damit wir zaubern können hierhin sollte die tüftler höhle zwei dieser geräte haben nicht genügend kisten ok es ist zahltag es sind feinde in eurem dungeon ja und jetzt können sie von oben hoffentlich hat niemand ein spinnennest wurde nämlich entdeckt wir greifen sie von oben da komm ich nicht lang ist blöd und was so zufrieden ist schmatzen tönte aus der richtung von burgers end das tollpatschige böse hatte ist versäumt den essenstransport aufzuhalten ein buch produktions bonus so nicht gewollt auch nicht wirklich gewollt ein durchgang rein aber anders so wäre das was genau kann ich jetzt wird immer noch ein werkzeugkisten so das sieht katastrophal aus das mitnehmen das ist schon gut und da sind wir schon fast fertig das einzige was noch fehlt ist die bierbrauerei und dann kann auch eine schatzkammer die bierbrauerei setzt sich hier direkt daneben hin dann ist mal so und das hier zu auch hier da eine tür da eine tür und da eine tür noch eine mit das ganze schneller geht so die muss ich erst da finden es ist zahltag ja das bierbrauende böse konnte nun eine brauerei errichten finde ich auch aber abgesehen davon erlaubte es die brauerei köstliches bier zu brauen wonach sich die wesen der horde sehnten für die horde war freibier essenziell verlangten diese sturen kreaturen doch nach dem köstlichen trunk wenn sie ein gewisses maß an erfahrung gesammelt hatten und ihre ausbildung über eine bestimmte stufe hinaus fortsetzen wollten eigentlich erinnert mich das an meine zeit bei der armee und beim fanfarenzug der kolpingfamilie eine brauerei blitzte und funkelte nun im dungeon des alkoholabhängigen bösen doch ehe der edle tropfen für die horde produziert werden konnte musste zunächst noch ein braukessel errichtet werden ja ja wird an kisten wir meinen an kisten sperr berichteten dem straßenräuberischen bösen von einem weiteren transport nach burgers end noch noch so wird es auch schneller gehen mehr kreatoren noch ein paar ims rein warum dauert denn das so lange jeden fall stadtportal und mehr imps so dann holen wir uns jetzt den zweiten brunnen und in der zwischenzeit können die koblenz oder kisten produzieren glaube ich werde angegriffen ja super timing es sind feinde in euren auf die wollt ihr denn hin sind gestorben wird wieder blickt so nächster versuch was soll ich tun kämpfen anscheinend hatten ein paar helden das glück gehabt und ein paar goblins bei ihrer pinkelpause außerhalb ihrer gobbobots erwischt die solltet ihr so schnell wie möglich befreien mach ich dann genau hier unten warten zwei gobbobots wir müssen natürlich an diesen türmen da vorbei die tun etwas weh hierhin schon mal die brauerei also der braukessel hier fehlt da auch noch etwas probieren wir es ist zahltag nicht weiter aua nimm das du vom haben hmmm, das sieht nicht gut aus ja, ich hätte warten sollen bis ich etwas stärker bin dankbar und erleichtert ob der helfenden Hand des massakrierenden Bösen schlossen sich die Goblins sofort dessen stets wachsender Armee an die erste Brauerei war nun funktionstüchtig alsbald würde eine Kreatur der Horde oder ein Schnodderling anfangen hier das edle Gebräu herzustellen Bier war nicht nur essentiell für kampfkräftige Hordenkreaturen es hatte auch noch eine heilende Wirkung auf dieselben ach, wenn das bei mir doch auch so wäre alles was die Kampfkraft der Truppe stärkt ist super los Kreaturen, bedrinkt euch! so, damit die sich betrinken können habe ich eben den neuen zurückgeschickt der produziert jetzt fleißig Bier wir holen jetzt endlich diesen Kronen und hier ist dann gleich der nächste irgendwo na gut, ist da ein Stückchen erstmal hier runter und checken die Lage genau, wir haben schon sieben Bier ja, fleißiges Kerlchen so, produzierst Mana gut hier noch ein paar Gruß hinsetzen höre ich da etwa ein zufriedenes Knurpsen ist da etwa ein Transport nach Burgers End durchgekommen das versagerische Böse hatte offensichtlich versagt ja, das macht nichts ja, das macht nichts auch noch so 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 ich überlege gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 6, 8, 9 das reicht nicht der Platz reicht nicht hier oben irgendwo noch ein verstecken hier oben irgendwo noch ein verstecken ja sicher so öffnen wir das ganz nee, machen wir nicht das hier ach schau ein ein buch was macht es so soll ich es sehen kommen ja gut ja endlich auch das hier noch mitnehmen und hier die Tür hinsetzen so dann so dann haben wir Platz für noch einen Heiler und der Rest werden dann Imps ja ja macht weiter ja macht weiter ja ja nicht lang erstmal die noch mit ja das ist zartag da nach nach und nach 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 Mit einem zufriedenen Krachen und Knurpsen hatten die Armeen des unnahbaren Bösen das Lager der Pixies zerstört. Eine wunderbare Tat, denn deren Flügelschlagen erinnert mich auf äußerst unerfreuliche Weise an die Mücken, die mich nachts in meinem Bett heimsuchen. Verdammte Biester! Wir hätten uns bestimmt auch friedlich einigen können. Friedlich einigen? Mit Wesen, die sich wie Mücken anhören? Glaub mir, da kann es keinen Frieden geben, selbst wenn man nachts um zwei noch alle Ritzen im Schlafzimmer nach der verdammten Plage absucht. Und jetzt noch jenes. Ein Transport mit einer Vielzahl kulinarischer Genüsse war auf dem Weg nach Burgers End. Sehr schade, dass er sein Ziel niemals erreichen würde. Doch, dann wird er wohl. Jetzt erstmal Fallen bauen. Damit wir dann in Ruhe oben herum spazieren können. Nicht genügend Werbezeug ist. Jetzt kann ich da. Die Tätiersteiger in den Daumen sind eingedrungen. Mal wieder gefilmt werden. Kommet du in Ruhe oben erreichen? Kommet du in Ruhe oben nehmen? Und bei Mühe oben auf dem Ruhe oben rein! damit ihr es nicht so weit habt hier unten mal noch ein verdrescher hinzusetzen so richtig will das hier nicht ich kann natürlich zu bauern hier rein 1 2 3 und hier wieder raus jetzt hierhin ein verdrescher genau wird wieder ein kisten und die grüße gehen zur neige hier sieht es gut aus jetzt soll ich den raum hier vergrößern zufriedenes schmatzen tönte aus der richtung von burgers end das tollpatschige böse hatte es versäumt den essenstransport aufzuhalten die gobbobots des sich nicht um seine kreaturen scherenden bösen waren durch ihre erhöhte geschwindigkeit gut geeignet essenstransporte nach burgers end abzufangen dies wollte sich das von einem mysteriösen erzähler einflüsterungen bekommende böse natürlich sogleich zunutze machen wollte ich das hier so stacheln schon gut aus schon einmal das ist eine buch hier jemanden das geht nicht auf jemals oder doch wo ist jetzt das buch ist das auf max auch alles gut aus und jetzt verbessern wir nur noch die kreaturen ihr habt doch gesehen unten könnte ich auch einen friedhof erforschen aber die banschie ist mit denen man dann kämpft irgendwie das gefühl die taugen nicht so ich stelle mich zu blödern das finde ich die ebenso meiniges besser so dann schnapp ich jetzt mal alle und wo war denn hier der ausgang hier unten und holen wir noch den letzten brunnen einer geht wieder nach hause sagen wir mal zwei ihr könnt hier herstellen und jetzt mal nachher da wurde abgebaut ihr wünscht ich wünsche dass wir los marschieren hoch dem habe ich gezeigt ja er hat es aber eigentlich ja gut es.. ja da 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, jetzt irritiert irgendwie der rote Punkt. Ach, da stehen einer welche. Ah, die hol ich gleich. So, einmal hochheilen. Und fallen bauen. Jetzt habe ich den alles. Zahltag. Einen davon. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Reicht das? Geht gut aus. Ja, reicht. Ich habe eben schon gesehen, ich brauche jetzt unbedingt noch einen Vortex. Da kein Platz für den einen Imp ist. Ah, was setze ich den denn hin? Hier hin. Da. Hier mal vier. Passt. Hier eine Tür. Hier hin eine Tür. Mach schneller. Jetzt. Super. Hat hochgeheilt. Gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. diese blockade würde für das hinterhältige böse sicherlich sehr nützlich sein um die nach burgers end zu verstopfen mache ich gleich verbessern die königin des bösen meine helden der steht nicht mehr so kümmern wir uns noch um diese blockade und um die letzten menneln da unten bei roten punkte mal interessieren habe ich das bestimmt gleich bereuen die haien direkt wieder hoch ich test das jetzt einfach mal zufriedenes schmatzen tönte aus der richtung von burgers end hatte es versäumt den essenstransport aufzuhalten was gibt es so so Das war's. So. Das hinterhalteplanende Böse hatte die Blockade ausgenutzt und dadurch den Zugang der Nahrungsmitteltransporte nach Burgers End deutlich eingeschränkt. Genau. Damit sollte es ein Kinderspiel sein, die Stadt auszuhungern. Sehr gut. Schlagen wir die Fressecke da, wo es ihnen wehtut. Bei den Weichteilen? Bei ihren Mägen. Es sind noch mehr Rode-Punkte. Es ist Zahltag. Wo willst du hin? Oh, oh. Interessant. Bei meinem vorherigen Versuch bin ich hier mal ringsum gelaufen. Mach das ganz einfacher. Jetzt haben wir alles. Gehen wir euch mal dort und warten auf den nächsten Transport. Es wird langsam. Nach Stacheln. Weiter verbessern. Aber hier passiert irgendwie gar nichts. Jetzt. Hab ich denn? Ja. Hab ich. Arbeite mal. Ach, das ist ja. Sorry. Das Bier. Wo ist denn die Tüftehöhle? Oder? Ja. Kann es sein, dass sie zu klein ist? Danke. Ich bin die Tüftehöhle. Ich bin die Tüftehöhle. Und habe ich mit mir in die Tüftehöhle. sehr schade dass er sein ziel niemals erreichen würde holen wir uns das sind auch noch welche das tun es sind feinde in eurem dungeon sind jetzt schon prima wir brauchen natürlich noch so was hier oh wo ist in der iso er wird geschlachtet das ausgeburfte böse hatte dem essenstransport keine chance gelassen statt der helden in burgers end schlugen sich nun seine kreaturen den bauch voll ihn wieder dahin schutz mit gurus schlecht ja gut ich das noch etwas vergrößert natürlich holztür hier wegnehmen es sind feinde in eurem dungeon einsätze schon wieder recht noch nicht ganz direkt weiter arbeiten immer noch etwas vergrößern er kann auch ein schreien teilen aber 2 2 ms hier unten wenn auch beide mal produzieren da ja Was ist das? Und weiter Fallen bauen. Die Ems verbessern. Ich muss es einfach mal probieren. Ich bin jetzt um einiges sterben. Keine Chance. Das ist ja gar nichts. Na, bleibt hier. Das ist ja gar nichts. 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 Kuch hier holen. Schadensbonus. Das ist ja gar nichts. 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 Das ist wirklich blöd mit dem Heiler da hinten. Da hinten. Das ist ja gar nichts. Passiere Das war's. Ich bin mir ziemlich sicher, sobald die Fallen hier stehen, kommt da keiner mehr durch. So, nach zwei Minuten. Hier vergrößere ich mal die Gruppe. Schon wieder. Oh, ein Buch. Lebensregeneration. Ja. Ja. Nimm. Und ihr habt Hunger. Apropos Hunger. Oho Farm. Die passt so natürlich nicht. Genau. Ja. Was denn? Du hättest doch eben essen können. Meckert der hier rum? Ja. 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 Die Postkutsche, ich meine der Essenstransport nach Burgers End, war unterwegs. Natürlich würde er niemals sein Ziel erreichen. Ja. 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 Das zerstörerische Böse hatte den Essenstransport zerstört, ehe dieser auch nur in die Nähe von Burgers End gekommen wäre. Und einmal wieder zurück. Sorry to talk. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen und die fallen um sehr gut kommt nur noch der Digger tos hier rein wir brauchen noch mehr nicht jetzt können wir uns um die feine hier unten kümmern nicht genügend werkzeugkisten natürlich ja Was ist das? richtig kann ich doch auch lassen wir das auch hier mit diesem ich so wie ich mir das erhofft hatte dann 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 dahin nicht das nicht zu schwer berichteten dem straßenräuberischen bösen von gleich mehreren transporten nach burgers end auf sie mit gebrüll dachte sich das brüllende böse ja das passt die müssen beide hier vorbei und kann ich das nicht zuschütten sie doch dem nicht aus so was hier eine falle ist greife wer will schütten 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 Es sind Feinde in eurem Dungeon. Sieht gut aus. Aber der eine hält halt richtig böse viel aus. Das ist verblüffend. Das ist verblüffend. Das ist verblüffend. Das ist verblüffend. Und der erste Esel? Ja, den Esel da. Einer der Transporte nach Burgers End fand ein unrühmliches Ende. Der andere ist gerade dort. Dann laufen wir ihm mal entgegen. Okay. Das straßenräuberische Böse hatte nicht einen kleinen Krümel nach Burgers End durchkullern lassen. Ausgezeichnete Arbeit. Ich bin das Böse. Da ist noch Platz für Fallen. Und wieder in die Mitte. War das hier? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Du hast den. Hier war's. Ich bin das Böse. 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 Okay. schade dass er hier nicht links umgehen kann also kann er schon aber macht er nicht der gegner kommt das aber auch nicht anders zugeschüttet gerade ich hätte den drecher eins höher setzen können dann hätte das funktioniert das mal noch abriss abriss also was auch das hier abreißen jetzt zu schütteln genau es ist zahltag es ist es 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 ist es es nicht aber ist nicht nicht Ah. Aber ich sehe gerade nicht. Ich habe ja richtig viele Kisten. Das heißt, es scheitert an diesen hier. Sehr schade, dass sie ihr Ziel niemals erreichen würden. Ja, sehr, sehr schade. Da habe ich den hier. Hier. Das heißt, hier brauche ich da eh nicht. So mache. So mache. Hast du vielleicht noch so ein Gerätchen hin? Wenn ich Kisten hätte. Die Armeen des zerstörungswütigen Bösen hatten einen der Transporte vernichtet. Ja, da haben wir ja was. Die Armeen des zerstörungswütigen Bösen. Die Armeen des zerstörungswütigen Bösen. Das heimtückische Böse hatte die Essenstransporte alle abgefangen. Makellose Arbeit. Hat er angegriffen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das ging schnell. So. Natürlich bekomme ich das nicht hier hin. Merde. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Dann wieder. Ah gut. So. So. Aha. Ich lege. Oh ja. Oh ja. Ich wollte auch rausholen. ja stärker machen wir müssen noch fünf mal also fünf esel müssen wir noch abfangen haben wir es geschafft ich hatte dann gold noch mal schneller sind Ah gut. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr, ich hab nichts mehr. So was. Hier noch. Oh. Oh. So wenig Platz. Schon recht. Alles Gute muss sterben. Ja, richtig. Späher berichteten dem straßenräuberischen Bösen von gleich mehreren Transporten nach Burgers End. Auf sie mit Gebrüll, dachte sich das brüllende Böse. Glaube. Euch mal. Fangen wir damit den hier ganz rechts ab. Ihr wünscht? Zurück. Ein Transport nach Burgers End ging spontan in Flammen auf. Naja, eigentlich weil die Kreaturen des grandiosen Bösen ihn angezündet hatten. Sehr gut. Ich geh dann nach Hause. Thanos muss sterben. Läuft den hier lang? Das heimtückische Böse hatte die Essenstransporte alle abgefangen. Makellose Arbeit. Wenn ich da meinen. Da haben wir noch zwei Esel. Dann haben wir es geschafft. Noch eine Falle. Dann noch. Wir sind in den Dungeon eingedrungen. Sehr gut. Dann gehen wir in den Dungeon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Feinde sind in den Dungeon eingedrungen und sind direkt umgefallen Die Falle ist nicht mehr funktionstüchtig. Die hat nun mal nicht repariert. Die Falle ist nicht mehr so gut. 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 Da ist er. Da ist er. Die Falle ist nicht mehr so gut. Ich meine, das mit den Dunkel-Elfen-Fingern habe ich nicht vergessen. Aber vielleicht hätten wir das Ganze auch anders. Halt die Klappe ist nicht mehr so gut. Die Falle ist nicht mehr so gut. Wer weiß. Wie dem auch so. Wir haben es geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr mehr Dungeons 3 sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Damit ihr mal mitbekommt, dass es ein neues Video gibt. Habt euch wohl und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.